Tippe auf die Häuschen, um die Crybabys zu versorgen. Oh, das Baby ist wohl hungrig. Ab in die Badewanne. Schnell baden und fertig. Seife sie ein, indem du den Schwamm mit dem Finger bewegst. Tippe auf den Wasserhahn, um sie abzuducken. Das ist aber hübsch. Wow, schau mal, wie sie tanzt. Tausche deine Sterne gegen das, was dir am besten gefällt. Oh, das ist aber hübsch. So, Pause. Gute Nacht. Jetzt zum Download.